so auf geht raus oder was okay hat das spiel verlassen das waren die anderen glaube ich wir sind noch alle da so vier neue ich probiere mal die ecke zu setzen ich bin ich glaube du wirst immer mit einem leichten schlag wirst du in der andere ecke des spielfelds gehauen ich wollte den da weg spielen dann hat denn irgendjemand noch ja baby glücklich aufs dach gekriegt baby hat mich schon weggehauen hat sie mich einmal komplett weg aber keine sorge das müssen wir doch hinkriegen die haben glaube ich auch nicht viel ahnung hier irgendwie die frauen ja aber und dadurch hatte einer nur das mal wieder alter dass die leute immer so viel glück haben das ist unfassbar die kommen einfach nicht zugefahren und das ding fliegt genau in richtung tor der nummer richtig schon übergelenkt das war der letzte mann von denen wenn du den halbwegs vernünftig erwischt dann bist du durch die 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 Den ersten habe ich noch halten können. Nein! Runter durch! Da käme ich doch am Sacker, da kriege ich nicht erwischt den Ball. Ich hätte nur berühren müssen. Nein! Oh, ich kriege mich rechtzeitig zurück. Das ist es halt. Wir kriegen da vorne nicht immer die Linie gedrückt und die spielen dann so aus. Ich kriege einen Rückwärtsgang nicht rechtzeitig rein, ey. Wenn wir das Ding vorne machen müssen. Na, na. Kannst auch mal was fliegen. Geht so. Nein, ich bin kein Abfall. Und weggerauen sollen. Die kriegen jetzt hin, irgendwie da immer noch irgendwas dazwischen zu haben. Deine! Das ist okay. Ja, genau heute. Ich bin kein Abfall. 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 Ich weiß nicht, was ich... Ja, komm mal. Oh, sorry. sorry sorry das war mein finger ah die sind aber auch nicht schlecht die Typen okay oder wollte ins menü zurück und die gd raus also können wir weiter bleiben wir können bleiben die gehen zwei von denen zumindest weg von ok eine runde noch da müsste ich immer noch mal auf toilette naja passt ja dann war jetzt das erste spiel von der von der allerdings der folge genau folgen sie dem keff kann man machen wer sich das gerade anschaut haken und subscriben hier wisst ihr schon aber bitte nicht musik ja weil genau deswegen kann youtube wieder wegen folgen die werden ich habe schon eine folge gesperrt bekommen weil musik drin vorkommen es ist echt heute allgemein zum kotzen ich fälsch dir auch nur so scheiße ab ich kam leider nicht mehr dran der thomas hat auch nichts machen können dass wenn er angekommen wenn gegangen wer hat den schön um den winkel im klick abgefälscht so als ob er denn das wurde ein bisschen okay ist er noch mal ist wie es doch mal ist klar hat das jetzt gerade unglücklich vorgelegt ja ich weiß ich habe den in die mitte gewollt aber ich wollte ja du hast aber gestoppt und dadurch konnte er den jetzt praktisch schön es war jetzt mittlerweile schon das zweite familie ist ja nicht für uns nachher das was letzte woche eigentlich so gut lief bei mir auch persönlich läuft halt überhaupt nicht aber schon den ganzen tag nicht aber es war auch ein bisschen an den gegnern liegen ich habe jetzt aber hat vielleicht noch so ein furcht das ist der starke gegen anfänger ach man was wie bin ich jetzt dadurch gefahren durch den ball das geht doch gar nicht das ist echt ich gucke dir das doch an das was das bedinger sind die haben echt so viel glück der will den gar nicht machen und alles um und dran und springt da noch um mir rein nein nein geht's gut geht weg Okay. Schön. Ja, kommt aber nicht. Kommt aber nicht hin. Schön, dass du. Ah, doch nicht. Schade. Ich habe den schon drin gesehen, aber jetzt. Ja. Schön. Zweieinhalb Minuten noch. PAM! Den nehme ich noch mit, den Typen. Oh, Glück gehabt. Hm. Man könnte auch nur hinterher gucken. Das heißt, ich bin vorbeigefallen. Mom! Da hüpft er über mich drüber, der Ball. Ey, ich glaube es ja nicht. Geh mal weg von mir da. Scheiße. Mann. Da kam der noch hinterher. Ich versuche noch mal ein bisschen Schaff zu machen, aber nur ein bisschen. Ja. Ja. Irgendwie noch mit, ein bisschen noch getroffen. So, zwei, drei, nur noch. Zwei Tore noch. Ja, ein Tore noch. Ja, wenigstens die Verlängerung wollen wir erreichen. Ja, zumindest ein bisschen aufholen, aber dann nicht so ein Ding reinkriegen da. Das hat er noch nicht heute auch schon. Auf Vattel, drei auf drei, drei mit mir in der Verlängerung erwischt. Oh, das kann ja was gewähren. Fürsten. Nein, ich bin daneben. Nein, ich bin auch nicht getroffen. Du hattest mich leider noch abgefälscht, Kev, bei dem Schuss. Ja, deswegen ist er wahrscheinlich auch so gefährlich geworden. Nein, 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 nein. Ach, bitte. Mist, keiner mehr da. Ja, die haben ihn aber sich selber aufgehalten. Ja, das war's. Ja, ja, jetzt ist durch. Ich wüsste leider zu keiner Zeit, wo der Chefs Ball ist. Ich ziehe nur den Schatten und nicht den Ball. Ja, du musst mit der anderen Kamera spielen. Klar nicht. Ja, ist das ärgerlich. So, erst mal nochmal zurück ins Menü, ich muss mich mal kurz aufrufen. Ja, genau. Ja, die haben gut gespielt, muss ich sagen. Ich verliere lieber so ein Spiel 4, 5, 6, 0, weil ich weiß, dass es verdient wird, also ich finde ich so ein Glücksdinger. Ich helfe, mich verliere 보통. Ja, genau. Ja. Ja. Vielen Dank.